Live from Los Angeles, California, the 70th Anniversary Academy Award. Wie sehe ich aus? Schau dir doch meine Kreation an. Es ist der letzte Schrei. Du bist der Erste, der sie sieht. Na, auch nicht auch der Letzte. Ein bisschen zu Zirkus. Nein, ich will ins Theater. Zur Oscar-Verleihung. Es ist noch Räder, Lister. Hier ist Jeff mit dem Mittagstisch. Wo wollt ihr denn hin? Jeff, wie lange kommst du jetzt schon zu uns? Fast ein Jahr. Und genau genommen sind es 358 Besuche bei euch. Und so häufig war ich vorher noch nie im Theater. Ich bin nicht so, liebe Gott. Ich habe nicht die Macht überleben und tun. Alles darfst du nicht. Du kannst nicht machen, was du willst. Ich glaube, ich begreife ihr, ihr schliebt schon wieder ein Stück. Ich habe dich geliebt. Und ich liebe dich noch immer. Ich liebe dich mehr. Wenn du bloß nicht immer die Nachtigall und die Lärsche durcheinander gebracht hättest. Und du hast als Leiche am Sarkophag genießt. Das Publikum hat geschrien von Lachen. Was ich dir jetzt erzähle, darf Handy nie erfahren. Ich liebe eure ganzen schrägen Geschichten. Aber einmal, dieses eine Mal möchte ich wissen, was wahr ist. Eine Ehe, die keine Krisen kennt, muss unglaublich langweilig sein. Und unsere Ehe ist nicht langweilig. 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 Und unsere Ehe ist nicht langweilig.